Die Wahlkämpfer Sie uns unterscheiden? Sie sind mir nämlich vollkommen egal. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich bin niemand wurscht. Also, unter uns haben Sie Kinder. Ja, zwei. Warum? Zwei. Das ist schön. Ich habe es ja bisher noch nicht erleben dürfen, wie es ist... Richtig guten Sex zu haben oder überhaupt Sex zu haben und eine Frau zu küssen, die nicht Mama heißt? Wie es ist, Vater zu sein. Oh, Wendl, ich glaube, ich muss Ihnen da eine Illusion nehmen. Sie glauben also nicht, dass ich jemals... Richtig. So leid es mir tut, Wendl. Sie als Blauer glauben doch sicher an Vererbung. Heikles Thema. Aber unter uns? Ja, da haben wir's. Schaut's. Wenn Ihr Großvater keine Kinder hatte und Ihr Vater keine Kinder hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie auch nicht zeugungsfähig sind. Nicht? Nein. Gott sei Dank. Warum? Da wird Ihre Frau aber beruhigt sein. Wien wählt seinen Bürgermeister und 88.6 begleitet die Wahlkämpfer. Wendl und Hasicek. Exklusiv auf 88.6. Wir wählen, was wir wollen. Wir wählen, was wir sagen. Herrn Klammer ist higher. Werfen lifespansteller und blnicMos herum. Du kannst schon mal bei der Brügel jetzt machen. провождsell